Herzlich Willkommen zu meinem ersten YouTube-Video und meinem Kanal Eleanor's Welt. Ich bin Eleanor und zumal ich Wirtschaftspsychologie-Studentin an der Business School Berlin Potsdam. Was ist Wirtschaftspsychologie, wenn sich jetzt einige fragen? Wirtschaftspsychologie verbindet Wirtschaft und Psychologie. Haha. Es geht darum, in der Wirtschaft auch Verbindungen zu Psychologie herzustellen mit bestimmten Methoden, die ich noch im weiteren Verlauf erklären möchte. Denn, was erwartet euch auf diesem Kanal? Ich möchte gerne mit euch zusammen meine Wäschearbeit schreiben. Das heißt, ich schreibe und ihr schaut dabei zu, wie ich sie schreibe. Ich möchte euch daran teilhaben lassen, an Zwischenergebnissen und auch an der Forschung selbst. Denn ich schreibe eine Wäschearbeit empirischer Art. Ich möchte etwas zu Tage fördern. Ich möchte gerne auf YouTube, deswegen mache ich hier diese Videos, die Let's Plays sehen. Was sind Let's Plays? Wenn man das eingibt, dann findet man Videos, wie Leute sich aufnehmen und Videospiele spielen und diese auch kommentieren. Das ist sehr erfolgreich. Das ist der wirtschaftliche Aspekt in meiner Bachelorarbeit. Wenn man viele Klicks generiert, dann wird man wirtschaftlich auf YouTube und spannend ist bei mir die psychologische Seite bei meiner Arbeit. Wieso gucken das so viele? Und das würde ich gerne hier behandeln auf diesem Kanal. Wie könnt ihr mich unterstützen? Ganz einfach. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch auch bereit erklärt, euch Interviewen zu lassen. Denn so finde ich nämlich euer Leben auch heraus. Dazu erzähle ich euch gerne in den folgenden Videos mehr, wozu ich auch herzlich begrüße und wo ich mich darauf freue. Und ich probiere eigentlich fast jede Woche den neuen Stand hochzuladen. Für die nächsten drei Monate, denke ich. Ich freue mich einfach drauf und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ich bedanke mich schon mal bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bei mir geht gerade die Sonne unter und wir sehen uns. Tadaa! Elendors Welt!